Da vorne sind Breitenberg, Rohart, Erne. Denen sagen wir mal hallo, komm, den haben wir lange nicht mehr gesehen. Was geht, Erne? Wir haben uns ja 2017 und 2016 hier schon gesehen. So lange ist das schon her? Die Wohnung noch, wo Anton und Marcel gelebt haben. Ja, machen wir sofort. Daran habe ich heute gerade gedacht, als ich in Köln mal wieder war. Wie gerne würde ich noch mal zu der Wohnung fahren, wo Anton und Marcel damals das Full House Ding hatten. Warst du bei denen mal zu Besuch auch bei Full House? Ja, ja. Richtig geil. Also muss ich wirklich sagen, das ist eine schöne Zeit, die ich mit Köln aus der Zeit auch verbinde. Full House Zeiten von Marcel Skorpion. Du hast doch so einen Namen gehabt für die Vlogs immer, oder? Gab es immer so einen speziellen Namen, wenn du so in Köln warst. Das weiß ich gar nicht mehr. Aktiv unterwegs in Köln oder so? Ja, genau, genau. Oh, da ist Elias, der kleine Hosenscheißer. Wie geht es deinem Auge? Besser. Ja? Er ist eine Narbe, aber bereit. Wenn du jetzt nicht in der Öffentlichkeit stehen würdest, könntest du sagen, habe ich bei einer Schlägerei oder so. Was ja auch eine alte, ne, auch uncool, ne? Was hast du mitbekommen, wie das passiert ist? Äh, warte, 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 warte. Ich habe es mitbekommen, ich habe es gerade vergessen. Das war beim Jubel, ne? Ja, beim Ruhlejubel. Genau, genau. Es war nass, nicht weggerutscht, aufs Auge geknallt. Ich habe das mitbekommen, sah ziemlich übel aus, ne? Gute Besserung da, ne? Alles gut. Ja, alles gut. Alles klar. Pass auf sich auf. Wir sehen uns. Wir sehen uns.